Das ist Daniel. Daniel hat eine eigene Weiterverarbeitung und verarbeitet Klebstoffe zum Buchbinden. Dabei nutzt er seit Jahren einen bestimmten Klebstoff, der nicht besonders günstig ist, ihn aber bisher nicht im Stich gelassen hat. Daniel träumt von einem Klebstoff, der mindestens genauso gut, aber günstiger im Einkauf ist. So könnte er Kosten einsparen und noch bessere Bücher produzieren. Zum Glück gibt es Adhesic von Sprintis. Adhesic-Klebstoffe sind qualitativ hochwertig und dabei sehr preiswert. Wir arbeiten herstellerunabhängig, haben aber auch eine exklusive Partnerschaft mit dem weltweit erfolgreichen Profi Jowat. Unseren Kunden bieten wir nur Rücken- und Seitenleime an, die in umfangreichen Tests überprüft und für gut befunden wurden. Haben wir gemeinsam geprüft, ob für Daniel ein Wechsel wirtschaftlich ist, erhält er ein individuelles Angebot auf Basis seines geschätzten Jahresbedarfs und Beratung auf Herstellerniveau. Wir von Sprintis betrachten uns als kompetenten Partner des Buchbinders. Einen Wechsel empfehlen wir nur dann, wenn wir uns sicher sind, dass der Buchbinder zukünftig davon profitiert und der empfohlene Klebstoff für die täglichen Anforderungen 100% geeignet ist. So kann Daniel sich sicher sein, dass er genau den richtigen Klebstoff für sich gefunden hat und sich zukünftig auf seine Leidenschaft konzentrieren. Hochwertige Bindungen. Wenn auch Sie wissen möchten, welcher Klebstoff von AdHessig für Sie geeignet ist, melden Sie sich einfach telefonisch bei uns und lassen Sie sich von unseren erfahrenen Produktspezialisten beraten.